In diesem Video erfährst du, wie Napoleon Krieg gegen Großbritannien führte und wie sich die spanische Bevölkerung gegen die napoleonische Besatzung wehrte. Das von Napoleon regierte Frankreich führte Krieg gegen viele europäische Staaten. Die deutschen Staaten hatten Napoleon dabei nicht viel entgegenzusetzen. Im Jahre 1806 konnte Frankreich seine Macht in der Mitte Europas endgültig festigen. Mit der Gründung des Rheinbundes und der endgültigen Niederlage Preußens war Frankreichs Kontrolle hier vorläufig gesichert. Auch Österreich konnte schließlich besiegt werden. Anders sah es nördlich und südwestlich von Frankreich aus. Sowohl Spanien als auch Großbritannien leisteten dem napoleonischen Frankreich erbitterten Widerstand. 1808 marschierten französische Truppen in Spanien ein und besetzten strategisch wichtige Orte. Innere politische Unruhen in Spanien und Druck seitens Frankreichs führten schließlich dazu, dass der spanische König auf seine Krone verzichtete und Spanien durch Napoleons Bruder Joseph Bonaparte regiert wurde. Das spanische Volk wollte sich mit diesem Regierungswechsel allerdings nicht zufrieden geben. Das Land hatte bis dahin keine einheitliche Regierung, sondern bestand aus zahlreichen kleinen militärischen Gruppierungen. Zusammen mit bewaffneten Teilen der Bevölkerung gingen diese dann gegen die französischen Truppen vor. Immer wieder mussten sich die Franzosen mit brutalen, überraschenden Angriffen auseinandersetzen. Diese Art des Krieges nennt sich auf Spanisch Guerilla und war zur damaligen Zeit etwas völlig Neues. Dieser Guerilla-Krieg zog sich über viele Jahre, bis Napoleon nach seiner endgültigen Niederlage aus Spanien vertrieben wurde. Rückblickend nennen wir diesen Abschnitt der Geschichte den Spanischen Befreiungskrieg. Der spanische Widerstand wurde auch von anderer Seite unterstützt, denn ein weiterer erbitterter Gegner Napoleons war Großbritannien. Frankreich hatte Großbritannien gegenüber einen entscheidenden Nachteil – die Flotte. 1805 siegte Großbritannien in der Seeschlacht von Trafalgar. Nach der Niederlage suchte Napoleon nach einem anderen Weg, seinen Gegner zu schwächen. Mit der sogenannten Kontinentalsperre, die den Handel zwischen Großbritannien und dem Festland unterbinden sollte, wollte er das Land wirtschaftlich treffen. Da die meisten europäischen Gebiete unter französischer Kontrolle waren, konnte Napoleon diese Maßnahme durchsetzen und so trat 1806 die Kontinentalsperre in Kraft. Großbritannien wurde auf diese Weise zwar wirtschaftlich geschwächt, aber die Kontinentalsperre wirkte auch in die andere Richtung. Die Wirtschaft im restlichen Europa, besonders in Frankreich, litt sehr darunter. Nicht alle Staaten auf dem Festland standen unter Frankreichs Kontrolle und unterstützten die Kontinentalsperre. Russland stellte sich auf die britische Seite und nahm den Handel mit Großbritannien wieder auf. Das war ein Grund für Napoleons Russland-Feldzug. Nachdem dieser für Napoleon im Desaster endete, gewannen die Gegner Napoleons die Oberhand. Auch Preußen und Österreich schlossen sich nun dem Widerstand an. Die sogenannten Befreiungskriege begannen. Nach den entscheidenden Niederlagen bei Leipzig und Waterloo waren Napoleons Herrschaft und die französische Vormachtstellung in Europa beendet. Weitere Videos zu allen neuen Schulfächern findest du auf LearnAttack.de. Melde dich an und erweitere dein Wissen. Du hast etwas nicht verstanden? Kein Problem, frag einfach unsere WhatsApp-Nachhilfe. Und willst du dein erlerntes Wissen testen? Dann bereite dich optimal mit interaktiven Übungen vor. Unsere zahlreichen Original-Klassenarbeiten und die dazugehörigen Musterlösungen helfen dir von der 5. Klasse bis hin zur Abschlussprüfung. Worauf wartest du noch? Melde dich jetzt auf LearnAttack.de an und lerne mit über 5000 Videos, Klassenarbeiten und Musterlösungen.